Mein Leute, Fixnowskin hier. Die Season neigt sich zum Ende und deswegen muss ich mich umso mehr beeilen, endlich Elite in Fortnite-Wareing zu schaffen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like und ein Abo, da ist ein Klick, würde mich extrem unterstützen und auch sehr, sehr, sehr freuen. Und jetzt sehr viel Spaß mit dem Video. So, diesmal Levischleer, der neue Ort, weil hier werden sehr viele landen. Diese vier Medaillenorte sind ja perfekt jetzt. Das heißt, wir haben den hier zum Entsparen. Den, den ich gesnipet habe, der war Unreal. Ja, da soll er sich mal warm anziehen hier vor dem Platin 3, Leuten. Da sieht er mal, wie man hier richtig spielt. Schön snipen, alles, oh, ich mag den Ort nicht, der ist so verwinkelt und so. Aber egal. Ich lande hier unten für die Pump, ist wichtig. Zack. Oh, wir sind, oh man, ich, diese Sprunganimation, dass man in so Fenster reinhüpft, ist auch schwierig, muss ich, muss ich sagen. Das ist, haben die schwieriger gemacht, als es nötig ist. Oh man, wieso kriege ich denn noch so Schma- Oh man, wieso kriege ich denn noch so Schma- Let's go Oh mein Gott Unter uns ist ne Chest Ich brauch immer noch Heilung Oder ich kauf Alles Weil ich einfach Richtig viel Gold hab Nutz den jetzt Dann die Flawberries Dann nutze ich Eine Schockwellengranate Um Ach die brauchen noch Ach gut toll Naja um das Ding hier zu bekommen Scheibenkleister und dann hätte ich eh die ganzen Wiggy sparen können weil ich auf Pizza umsteig Och Der Plan hat ne Lücke Ich bin so blöd Na gut Wir beschweren uns nicht Wir machen hier Tadada So nehm das mit Und Ja Jetzt halt ein bisschen ärgerlich Um die ganzen Biggies Muss man sagen Und dann gehen wir aber direkt zurück für Medaille Boss Und dem ganzen Schmarrn Das sieht hier interessant aus Muss ich sagen Und ich geh mal hin für die Medaille Oh Das ist ein Bot ne Ach man Okay okay dann ähm Bosskön Das ist Hö Wurde der Boss geschützt durch irgendwas Oder hab ich unglaublich schlecht gezielt Oder ich dachte erst es wäre nicht der Boss Weil ich keinen Schaden bekommen hab Aber es war der Boss Ich hab einfach nur einen Schein Oh mein Gott der Boss ist fast dead ne Der Boss ist ja so kurz vorm Tod sein Aber ich kill Hauptsache nochmal Jeden Bot davor Den skippt So Killen wir dich auch nochmal Einfach nur dass du dich nervst Und wir können hier direkt wieder Biggie trinken Und Insel ist da Mach so wie im Inselvideo Ja ich werd versuchen hier wieder Alle zu killen Wobei Wart will man das taktisch Wenn er nicht einen Rift nimmt Der Typ dort Geht er über eine Seilrutsche Nein aber nicht durch Über die hier Ich wollt ihn abfangen Full lasern Aber er hat die hier nicht genommen Aber er hat die hier nicht genommen Oh Oh ich hab das Ding Ich hab kurz verwechselt was ich hab Nein Oh mein Gott Ich bin anstatt in Oh Was mach ich jetzt Was mach ich jetzt Erstmal schnell zurück 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 Und neue Pizza holen Bei Ninja Turtle Ding hier Wir machen 300 EQ Move Leute Und zwar Stoppen wir das Einnehmen Clever wie wir sind So laden erstmal alles nach Und hier unten haben wir nämlich Einen großen Vorteil Durch Die Pump die wir haben Und jetzt nehm ich sogar ein Guckt euch das an Das können wir jetzt erstmal Ein bisschen so machen Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Ja Und jetzt werden mir zusätzlich Alle Leute markiert Das ist richtig wichtig So ist egal Weil ich flieg Er chillt da noch Oh Oh Ja er geht in den Rift Klug gemacht Wohin gehen wir Wir haben nicht diesmal Nächste Zone Das heißt am besten Land ich irgendwo Wo ich mobil bin Ist hier ein Auto Sieht nicht danach aus Als könnte man hier direkt In ein Auto rumsteigen Ähm Ja wir gehen erstmal hier hoch Ich würde sagen Von hier haben wir eine gute Übersicht Ich werde verfolgt What Ja Geh mal lieber weg Oh Schibbelmöbel Wurden wir erstmal direkt abgeschossen Nächste Zone ist hier Hätte besser kommen können Hätte auch schlechter kommen können Ja der ist tot dort Das heißt wir gehen jetzt Solange der dort gerade weg ist Das ist der Bot Was macht der Bot hier Hä Hat der gerade die Klinge genutzt Vielleicht nehme ich Zunächst mal wirklich Ein echtes Sniper mit Beziehungsweise Weitkampfwaffe Weil das war es Jetzt ja mal gar nicht So hier liegt Eine Medaille rum Ich habe die arge Vermutung Dass das eine Falle ist Ähm Was auch immer das war Warum die jetzt auch immer Hier lag Ich habe sie mitgenommen Ich glaube die Medaille Gehörte jemandem Oh mein Gott Nein Oh Pump nachladen Pump nachladen Er haut eh ab Waffe nachladen Der Kill Der Kill wäre aber huge Der sieht mir nicht super aus Wo ist er Ich brauche halt auch den Kill Wegen Ähm Metz und so Oh Er ist im Haus noch Er ist noch im Haus Ich brauche den Kill Ich brauche den Kill Metz und alles Ich brauche den Ich brauche den Kill Ich brauche den Kill Und ich brauche den Kill Ich brauche den Kill Erstmal in die Zone. Nein, nein. Meine Map hat sich geöffnet. Ich konnte nichts machen. Nein, das wäre... Das war so dumm. Der war so schlecht. Ich habe so dumm gespielt. Meine Map hat sich geöffnet. Ich bin immer bei den Eliminierungen. Ich schaffe das aber nicht.